Einen wunderschönen guten Tag zusammen meine Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren YouTube-Video hier auf meinem Kanal und zwar zu dem Thema Escape from Tarkov Skills bzw. ein komplettes Skill-Guide zu jedem einzelnen Skill in Tarkov, wie man die einzelnen Skills levelt, was die überhaupt machen, wofür werden die benötigt etc. Also einmal komplett alles zu dem Thema Escape from Tarkov Skills, die ein PMC haben kann. Wir werden das jetzt so aufbauen, das Video, dass ihr im Prinzip ganz unterschiedliche Kapitel entsprechend benannt nach den einzelnen Skills haben werdet. Das heißt also, wenn wir uns um das Thema Ausdauer bzw. Endurance unterhalten, ist es dann direkt in dem Video als Kapitel so abgespeichert. Heißt also in Zukunft, wenn ihr irgendwie nur Bock habt, auf einen bestimmten Skill nochmal kurz nachzugucken, könnt ihr da direkt draufklicken, dass ihr da auch Bescheid wisst. Und ansonsten Freunde, ich will jetzt nicht weiter labern. Wir starten direkt ins Video, Freunde und let's go. Dann machen wir an der Stelle auch direkt weiter mit dem grundlegenden Wissen zu den Skills. Wie werden Skills gelevelt? Relativ simpel, seit dem Patch 12.1 haben wir ein Skill Exhaustion in dem Spiel. Bedeutet also, wenn man die ganze Zeit in einem Raid Stärke levelt, skaliert das alles runter, wie schnell man Stärke levelt. Heißt also, man kann jetzt nicht innerhalb von einem Raid fünf Level Stärke in einem Raid machen, sondern die Progression, also wie schnell man diesen Skill levelt, skaliert entsprechend runter. Gleichzeitig, man hat auch gewisse Möglichkeiten, bestimmte Skills, beziehungsweise wie schnell man bestimmte Skills levelt, nochmal zu boosten mit dem Hideout. Und zwar gibt es da einmal das Air Filtering Unit im Hideout. Da könnt ihr den FP100 Filter drin nutzen und könnt da eure physischen Skills, beziehungsweise eure Physical Skills um 40% schneller skillen, beziehungsweise ihr werdet halt 40% mehr Experience darauf bekommen, also Erfahrungsboost-Bonus werdet ihr dort bekommen. Oder ihr nutzt die Library, baut die Bibliothek oder die Library aus, die geben euch dann nochmal 30% auf Practical Skills, beziehungsweise praktische Skills dann in dem Spiel und werdet diese dann so schneller leveln können. Was auch noch wichtig ist zu den einzelnen Skills, jedes Skill hat ein Max-Level von Level 51. Level 51 ist hier das Retail-Level, das ist dann das Level, wo dann nochmal extra Bonus freigeschaltet werden für die einzelnen Skills. Dann machen wir auch direkt weiter mit dem ersten Skill, nämlich im Physical-Bereich geht's dann los mit Endurance, beziehungsweise Ausdauer. Endurance wird einmal auf Level 1 für das Heating Level 2 gebraucht im Hideout und Level 2 wird benötigt für den Security Level 2, also nochmal für zwei Upgrades, die ihr im Hideout machen müsst, müsst ihr diesen Skill direkt auf Level 2 haben, damit ihr da die komplette Progression haben könnt. Ansonsten, was macht Endurance? Relativ simpel, eure Ausdauer wird erhöht, bis auf dem Elite Level sind wir dabei 150% mehr Ausdauer, die ihr haben könnt. Wenn ihr springt, wird ihr beim Elite Level minus 50% Ausdauer tatsächlich nutzen und ihr könnt tatsächlich eure Luft dann auch, beziehungsweise euer Atem länger anhalten. Ja, wie levelt man genau Ausdauer? Relativ simpel, man kann sich denken, einfach sprinten bis zum geht nicht mehr, außerdem auch an den Atem anhalten, das gilt ebenfalls Ausdauer. Oder halt bis zu einem gewissen Punkt Gewicht einfach nur gehen, das wäre glaube ich laut Wiki 48,75 Kilo. Das sind einfach die drei Varianten, wie man am schnellsten Ausdauer levelt. Dann machen wir auch weiter mit dem Health Skill. Was genau macht das gute Stück? Relativ simpel, wenn wir auf dem Elite Level sind, habt ihr 60% weniger Chance, einen Bruch zu erleiden mit eurem PMC. Eure Regeneration, was die Gesundheit angeht, wird, wenn ihr außerhalb vom Raid sein, ebenfalls erhöht. Also wie schnell ihr verdurstet, wie schnell ihr verhungert, ist nochmal 30% niedriger beim Elite Level. Ansonsten, wofür braucht ihr den Skill? Im Hideout müsst ihr den Skill auf Level 2 haben, um die Mad Station auf Level 2 zu bekommen. Ansonsten braucht ihr den ebenfalls noch für die Quest Progression, nämlich braucht ihr den Skill insgesamt auf Level 10, beziehungsweise Level 4 braucht ihr den Skill für Healthcare Privacy Part 4 oder Level 10 für die Quest Athlete, beziehungsweise Athlete. Ja, wie leveln wir genau Health jetzt am besten? Relativ simpel, so wie man EXP für Vitality, Endurance oder Stärke bekommt, levelt man automatisch auch Health. Das ist so die schnellste Art und Weise oder ansonsten auch gibt es bei Quest Completion von Apple a Day zwei Level noch oben drauf. Das heißt, wenn man das so schnell wie möglich leveln möchte, sollte man das erst ab Level 9 einmachen, weil ab Level 9 man 100 Skill-Punkte braucht, um ein Skill zu leveln. Heißt also, das heißt, da kriegt ihr direkt zwei volle Level oben drauf. Dann machen wir weiter mit Metabolism. Wie das funktioniert, ist relativ simpel, beziehungsweise was dieser Skill bringt, ist auch relativ simpel. Ihr verliert einfach weniger Energy, beziehungsweise dehydriert viel langsamer in dem Spiel. Das sind so die wichtigsten Sachen, was diesen Skill angeht. Ansonsten habt ihr noch eine niedrigere Rate, eure Skills zu vergessen. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel länger nicht spielt, gibt es eine Mechanic im Spiel, dass ihr tatsächlich, dass euer PMC halt vergisst, was er tatsächlich gelernt hat. Und das ist dann beim Elite Level komplett weg. Ansonsten Metabolism macht nicht großartig einen Unterschied im Spiel selber. Ansonsten, ihr braucht das allerdings für das Nutrition Unit Level 3. Im Hideout braucht ihr diesen Skill ebenfalls auf Level 3. Wie ihr das also skillt, ist relativ simpel. Ihr trinkt einfach und konsumiert und ist einfach, wenn ihr im Raid seid. Das ist die schnellste Art und Weise, das dann zu leveln. Und dann machen wir weiter mit dem Vitality Skill. Wenn ihr Vitality auf Elite habt, dann habt ihr tatsächlich einen sehr interessanten Vorteil. Nämlich die Chance, dass ihr Blutungen erhaltet, verringert sich um 60%. Heißt also sehr, sehr, sehr nützlich, wenn ihr im Fight seid und gerade überleben solltet. Ansonsten, wenn ihr das Ding auch auf Elite habt, stoppen eure Blutungen tatsächlich automatisch nach einer gewissen Zeit. Heißt, ihr braucht noch nicht mal großartig. Die Anzahl an Heal Items, die ihr dabei haben müsst, wird auch auf jeden Fall nochmal verringert. Aber wenn man einen Saliva dabei hat, dann ist es sowieso relativ egal. Ansonsten, ihr braucht diesen Skill auf Level 3, um Medstation Level 3 euch im Hideout auch ercraften zu können, beziehungsweise euch aufbauen zu können. Das heißt also, das Ding müsst ihr mindestens auf Level 3 haben. Wenn ihr wieder alles allerdings für eine Quest noch machen möchtet, beziehungsweise wenn ihr weiter durchquesten möchtet, braucht ihr das Ding mindestens auf Level 5 für The Survivalist Path Combat Medic. Die Quest müsste es bei Therapist geben. Ja, wie levelt man Vitality am besten? Relativ simpel. Schaden nehmen oder bluten? Das war's. Ihr müsst die Sachen noch nicht mal großartig heilen, das ist relativ egal, sondern einfach nur Schaden nehmen und bluten. Wenn ihr die Sachen heilen würdet, würde das sich Health etwas boosten in diesem Falle. Dann machen wir weiter mit Stress Resistance. Stress Resistance ist auch eine nervige Queste, die man früher auf Level 9 haben musste, tatsächlich für den Kappa. Er ist mittlerweile auf Level 6, also ist das ganz entspannt. Wie genau levelt man Stress Resistance? Relativ simpel. Man hat einfach wenig Leben, man kriegt ständig Schaden, also wenn man diesen Pain-Effekt bekommt, levelt man Stress Resistance automatisch, wenn man keinen Pain-Killer drin hat, weil sonst kann man den Pain-Effekt natürlich nicht haben. Was er an sich natürlich bringt, ist einfach, dass man eine niedrigere Chance hat, durch einen Pain-Schock zu sterben. Großartig, wurde ich damit noch nie konfrontiert. Außerdem gibt es im Elite-Level den Berserker-Modus. Was genau das bedeutet, weiß ich nicht, bin ich auch noch nie mit konfrontiert worden, der Elite-Level. Das ist so weit entfernt, dass man das jemals schaffen könnte. Ich glaube, da gibt es nichts großartig, dass man da Stress Resistance jemals auf Elite hat, beziehungsweise dass es wirklich Gameplay, das Gameplay verändern würde. Jetzt kommen wir auch direkt zum interessantesten Skill für die Leute, die natürlich unbedingt Bock haben. Ja, wie level ich denn jetzt Stärke? Wir kommen zu Strength bzw. Stärke. Ihr braucht Stärke auf Level 2, um die Events auf Level 3 zu bringen im Hideout. Ansonsten, was genau bringt euch Stärke alles? Ja, wenn ihr im Aim-Down-Side seid, zieht ihr weniger Ausdauer, ihr springt höher, ihr sprintet schneller, eure Melee-Waffen machen mehr Schaden. Außerdem habt ihr auf dem Elite-Level eine Möglichkeit, kritischen Schaden einem Gegner zuzufügen, wenn ihr dem mit einer Melee-Waffe trifft. Also ihr könnt eigentlich regelmäßig jemanden instant töten, wenn ihr den mit der Melee-Waffe auf den Kopf schlägt. Ansonsten beim Elite-Level könnt ihr dann, also beziehungsweise die Waffen auf eurem Rücken haben dann keinen Gewicht mehr, heißt also ihr könnt praktisch nicht mehr overweight werden. Also ein Mule-Stim ist fast nicht mehr interessant für euch, dass ihr den überhaupt noch mitnehmt in den Raid. Und euer insgesamt das Carrying-Weight wird unglaublich erhöht. Heißt also, ich glaube, wir sind hier bei, laut Wiki sind wir hier bei 97 Kilogramm obendrauf. Beziehungsweise nicht obendrauf, aber ihr könnt maximal 97 Kilogramm mitnehmen. Und wenn dann eure Waffen noch nicht mehr mehr Gewicht haben, ihr könnt einfach nicht mehr overweight werden. Ich glaube, ich hatte seitdem ich Strength-Level Elite geworden bin, hatte ich glaube ich zweimal den Debuff, dass ich overweight war. Es ist einfach unmöglich, das großartig zu erreichen. Ansonsten, wie levelt man natürlich Stärke? Relativ simpel, wenn ihr Granaten werft. Das heißt also, wenn ihr tatsächlich Stärke auch noch levelt, die Distanz von euren Granaten, wie weit ihr die werfen könnt, wird auch nochmal erhöht. Also Granaten werfen levelt tatsächlich Stärke. Am effizientesten für mich persönlich ist allerdings einfach overweight rumlaufen. Das heißt, so wie ihr den, äh, overweight Debuff habt, einfach dann, äh, entsprechend damit rumlaufen, FP-100 Filter drin haben und auf geht's. Ihr seid auf einem guten Weg und werdet das Ding auf jeden Fall so schnell wie möglich leveln. Ansonsten auch einfach eure Melee-Waffen benutzen. Das heißt, wenn ihr irgendwie ein Skepsid, könnt ihr den auch einfach umkloppen mit einer Melee-Waffe, äh, wenn ihr unbedingt so Stärke leveln möchtet. Dann kommen wir zu den Mental Skills, nämlich fangen wir an mit Attention. Attention ist ein relativ interessanter Skin, denn er erhöht euer Looting-Speed. Das heißt also so schnell, äh, also die Geschwindigkeit, mit der ihr lootet. Bei einem Elite, äh, bei einem Elite-Skill habt ihr tatsächlich die Möglichkeit, bestimmte Items zweimal in, äh, Sachen zu finden. Das heißt also, wenn ihr eine Dufferback durchsucht und da ein Fuel-Conditioner drin ist, habt ihr die Chance, dass ihr tatsächlich zwei Fuel-Conditioner automatisch rauszieht und ihr könnt die ganze Zeit tatsächlich, äh, suchen, spammen und, äh, habt eine Chance, beim Elite-Level direkt ein Item instant komplett durchsucht zu haben. Heißt also, die Geschwindigkeit, bei der ihr Sachen lootet, ist unglaublich erhöht. Ihr benötigt Attention für das Hideout, nämlich Level 3 jeweils für Intelligence Center Level 2 und für den Water Collector auf Level 2. Für Quest ist dieser Skill allerdings nicht relevant, ist einfach nur ein Nice-to-have-Skill an so, während ihr lootet. Ja, wie levelt ihr Attention? Relativ simpel, äh, einfach Loot in Loot-Containern durchsuchen und diese entsprechend looten. Das heißt also, wenn ihr eine Dufferback durchsucht, einfach alles mitnehmt, selbst wenn ihr es nicht mit, äh, selbst wenn ihr es nicht mit aus dem Raid rausnehmt, so levelt ihr auf jeden Fall Attention am schnellsten. Dann kommen wir zu Charisma. Charisma ist ein Skill, der eigentlich nicht großartig utilized wird, beziehungsweise ich merke nicht, dass er einen großartigen Unterschied macht im Spiel selber. Allerdings braucht man ihn auf Level 10 für die Quest Charisma Bring Success. Also sie ist auf jeden Fall Kappa-relevant, dieser Skill. Das heißt also, dass die so schnell wie möglich auf Level 10 bringen. Und wie macht ihr das? Relativ simpel, so wie ihr EXP für Attention, Perception oder Intellect bekommt, bekommt ihr auch EXP für Charisma. Das ist also die schnellste Art und Weise, das zu leveln. Das heißt also, einfach die anderen Skills so schnell wie möglich hochpushen. Dann kommen wir zum Intellect-Skill. Auch ein Skill, der sich nicht großartig bemerkbar macht im Spiel. Ähm, der einzige Effekt, der hier relevant ist bei dem Skill, ist das einfach, wie schnell ihr Sachen examenet, beziehungsweise wie schnell ihr ein Item untersucht, was ihr noch nicht kennt. Ähm, und das ist auch direkt ein, der beste Weg, wie man das Ding natürlich levelt, weil die restlichen Funktionen von dem Skill sind tatsächlich noch gar nicht im Spiel. Ähm, da unterhalten wir uns von Sachen wie zum Beispiel Lockpicking. Das gibt es noch nicht im Spiel. Ansonsten, ihr könnt natürlich auch, ihr könnt auch Waffen reparieren, wenn ihr den Skill unbedingt, äh, leveln möchtet. Aber ansonsten macht das momentan noch keinen großartigen Unterschied beim Spiel selber. Dann machen wir weiter mit Memory. Memory wird benötigt, um die Library auszubauen. Das heißt also, ihr braucht den Skill Memory auf Level 8, um die Library überhaupt ausbauen zu können. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ihr sehr, sehr schnell angehen könnt, weil ihr damit, äh, auch die wichtigen Skills sehr schnell skillen könnt. Wenn ihr dann halt die Library ausgebaut habt, verringert halt die Rate, wie schnell man Sachen vergisst. Wie eben schon angesprochen, bei Metabolism, das ist genau der gleiche Effekt, bei Memory auch. Ähm, nur dass dieser Skill sich halt komplett darum dreht. Wie man das levelt, ist, äh, ja, wenn, so wie man EXP für jeden Skill bekommt, der nicht physical, der kein physical Skill ist, levelt man automatisch auch, äh, Memory mit dazu. Dann kommen wir zu einem relativ wichtigen Skill tatsächlich, nämlich Perception. Perception, äh, hat nämlich den Effekt, dass ihr eure Hearing Distance erhöht. Bedeutet also, dass die, äh, Distanz, die ihr hören könnt, sich vergrößert, um insgesamt 35%, wenn man das Ding auf Elite hat. Und 35% weiter hören zu können, das ist schon eine Hausnummer. Ähm, gerade wenn man zum Beispiel Altin relativ viel spielt, ist das ein Skill, der auf Elite wirklich sehr, sehr wichtig ist. Äh, wie man das Ding levelt, ist einfach, ähm, Loot finden und diesen aufheben und so levelt man das Ding direkt am schnellsten. Dann kommen wir auch schon zu den Combat Skills und fangen hier mit den Throwables an. Ähm, relativ simpel, die, äh, Energy, die ihr braucht, um eine Granate zu werfen, wird verringert. Ähm, die Distanz, in der ihr eine Granate werfen könnt, wird ebenfalls dann erhöht, ähnlich wie bei Stärke. Und beim Elite Level kostet es euch kein bisschen Energie mehr, wenn ihr eine Granate werft. Das ist halt, das ist auch noch sehr interessant, ähm, wie man es levelt, einfach Granaten werfen. Dann machen wir weiter mit einem der wichtigsten Skill, wenn nicht sogar der wichtigste Skill in ganzes Escape from Tarkov, nämlich einmal Recoil Control. Ja, es macht genau das, was es eigentlich, äh, euch sagt. Recoil Control levelt euren, beziehungsweise verbessert euren Recoil, äh, den ihr mit jeder einzelnen Waffe im Spiel habt, bis hin zu 45, minus 45 Prozent auf euren Waffen. Das heißt also, das sind praktisch neun RK2 Handgriffe, die ihr an eure Waffe packt, nur einfach durch euren, äh, Skill von eurem PMC, die ihr direkt dazu bekommt. Heißt also, wenn ihr Recoil Control of Elite habt, machen Waffen wie zum Beispiel die S58 sehr, sehr viel Sinn, weil sie einfach auch so langsam dann zu einem gewissen Laser werden. Relativ simpel, wie levelt man diese Waffe, äh, diesen Skill? Einfach rumballern. Ihr müsst keine Gegner treffen, einfach nur ballern und, äh, Munition verbrauchen. Und das ist die schnellste Art und Weise, wie man Recoil Control levelt. Dann kommen wir zu den ganzen Waffenskills, wie zum Beispiel Assault Rifle, DMR, Shotgun, etc. pp. Die ganzen, äh, Waffenskills funktionieren alle genau gleich. Sie verringern euren Recoil für die entsprechenden Waffenklassen, ähm, sie verringern den, äh, die Geschwindigkeit, die ihr benötigt, um es zu reloaden und, äh, die, äh, die Geschwindigkeit, in der ihr eure Waffe wechselt, wird ebenfalls verringert. Das ist also alles nochmal sehr interessant. Und die ganzen Elite Level, das Elite Level ist eigentlich nicht so interessant, ähm, das ist eigentlich nur, dass ihr eure, wie schnell ihr eure Waffe meistert, wird dann, äh, verdoppelt. Mastering bringt nicht viel in dem Spiel, deswegen, da müsst ihr euch gar keine Sorgen drum machen. Was allerdings interessant ist, wenn ihr die einzelnen Sachen, wie zum Beispiel Assault Rifle, auf, äh, Elite habt, habt, habt ihr nochmal 25% weniger Recoil mit jeder einzelnen Assault Rifle-Waffe. Heißt also, wenn ihr das Ding auf Elite habt, habt ihr nochmal 5 RK2-Griffe obendrauf, einfach nur direkt von Haus aus. Heißt also, technisch gesehen, wenn ihr Recoil-Control und Assault Rifle auf Elite habt, habt ihr automatisch auf einer M4 nochmal 14, äh, RK2-Griffe nochmal dran gemountet, ohne irgendwie was, äh, ohne irgendwas hier zu modden. Ja, wie levelt man Assault Rifle? Relativ simpel, äh, Assault Rifle nachladen, das heißt also, die SKS zum Beispiel die ganze Zeit eine Kugel da reinstecken, würde, äh, das Ganze leveln. Oder, einfach Gegner mit einer Assault Rifle treffen. Ähm, das heißt also, im Gegensatz zum Recoil-Control muss jetzt nicht mit, äh, mit den einzelnen Waffenskills, müsst ihr tatsächlich dann, äh, die Gegner entsprechend auch treffen und nicht nur einfach nur durch die Gegend ballern. Wir kommen zu den Practical Skills in der Escape von Tarkov und fangen direkt mit Aim Drills an. Aim Drills ist ein neuer Skill, der jetzt mit dazu gekommen ist vor kurzem, und zwar, äh, erhöht der die Geschwindigkeit, beziehungsweise verkürzt die Geschwindigkeit, um ins Aim Down Side zu kommen. Heißt also, ihr seid schneller direkt, wenn ihr Rechtsklick drückt, direkt im Side angekommen. Außerdem verringert der, äh, die Geräusche, die ihr macht, wenn ihr ins Aim Down Side geht. Beim Elite Level, ähm, kostet das, das Elite Level ist hier interessant, einfach aus dem Grund, dass für die ersten zwei Sekunden, die man dann im Aim Down Side geht, hasst man keine zittrigen Hände. Ist relativ interessant, wenn man dann natürlich vielleicht was Long-Range-mäßigeres spielt oder in einem Long-Range-Fight seid. Heißt also, ihr seid immer etwas genauer direkt auf eurem Target. Ja, wie levelt man, äh, äh, Angels? Relativ simpel. Ihr müsst einfach den Gegner treffen, während ihr im Aim Down Side seid. Dann kommen wir zu dem Skill Covert Movement. Also, im Endeffekt Schleichen. Wie skillt man das? So ist Schleichen. Relativ simpel heißt also, ihr müsst im Prinzip unter 25% der Geschwindigkeit, der maximalen Geschwindigkeit sein, um diesen Skill zu leveln. Was er macht, ist relativ simpel. Die Geschwindigkeiten, die ihr schleicht, wird erhöht. Ähm, die Geräusche, die ihr macht, werden verringert. Wer jetzt auf Holz, Glas oder sonst einer Ebene seid, werden alle genau gleichgestellt, wenn ihr das Ding auf Elite habt. Heißt also, für die Leute, die ein bisschen defensiver sind und wirklich, äh, ein bisschen mehr das Schleichen nutzen, wird dieser Skill auf jeden Fall auch sehr interessant sein. Dann kommen wir zum Skill Prone Movement. Prone Movement, relativ simpel. Erhöht einfach die Geschwindigkeit, wenn ihr euch bewegt, während ihr liegt. Der verringert die Geräusche, die ihr macht, während ihr liegt. Wie ihr es levelt, relativ simpel. Einfach, während ihr, äh, irgendwo im Dreck liegt, euch einfach bewegen. Und, äh, dadurch skillt ihr das Ganze dann auch direkt. Dann kommen wir zu dem Skill Search. Das ist einer der wichtigsten Skills. Beim Elite Level habt ihr die Möglichkeit, von einem, äh, toten Gegner in zwei Sachen gleichzeitig zu durchsuchen. Das heißt also, ihr könnt eure, könnt die Pockets und den Rucksack, beziehungsweise die Rig und den Rucksack gleichzeitig untersuchen. Heißt also, ihr seid viel, viel schneller mit dem Looten fertig. Und das wird euch wirklich so oft den Arsch retten, weil ihr einfach viel weniger Zeit mit dem Looten verbringt. Den Skill braucht ihr auch Level 9 für die, äh, für die Quest Scavenger, ähm, damit ihr da ein Quest Progression bekommt. Und, ja, wie, äh, levelt man am besten Search? Relativ simpel. Einfach Gegner looten. Tote Gegner looten. Oder auch, äh, Loot-Container könnt ihr auch looten. Das heißt also, so Duffelbags, etc. Und ihr seid auf einem guten Weg, das Ding so schnell wie möglich hochzupuschen. Dann kommen wir zum Skill Surgery. Auch ein relativ neuer Skill, der jetzt hinzugefügt wurde. Der verringert den Health, ja, das Health-Defizit, was, äh, euch abgezogen wird, nachdem ihr einen Körperteil wieder dran gemacht habt. Bedeutet also, wenn ihr euch gerade, wenn ihr gerade den Arm, äh, gebleckt bekommen habt und diesen dann wieder dran tackern möchtet, zieht das natürlich immer von eurer maximalen, äh, von eurem maximalen Leben auf dem Arm immer etwas ab. Beim Elite-Level verliert ihr tatsächlich gar keine HP mehr. Das heißt, ihr könntet tatsächlich mit einem CMS, äh, den Arm 60 von 60 direkt wieder zurückholen. Des Weiteren beim Elite-Level ist es auch noch, dass Surgery viel weniger Zeit kostet. Das heißt also, die, äh, die Use-Time von den einzelnen Items ist noch viel, viel niedriger. Das heißt also, das CMS später hat tatsächlich noch die bessere Use-Time als ein Survival-Kit. Und wenn das dann kein Health-Defizit hat, ist es auf jeden Fall die schnellste Art und Weise, euch wieder einen Arm wieder dran zu tackern. Ja, wie levelt man Surgery? Relativ simpel. Einfach ein CMS oder ein Survival-Kit nutzen und das geht dann auch relativ fix schon. Dann kommen wir zu den Magdrills. Relativ simpel, was diese Skill macht, ist einfach, er erhöht, es erhöht die Geschwindigkeit, wie schnell ihr eure Magazine nachklippen könnt und indem ihr einfach mit Rechtsklick auf Check Magazine drückt, wenn ihr das Ganze so durch das Menü macht, erhöht das ebenfalls die Geschwindigkeit, wie schnell das tatsächlich passiert. Ansonsten, wie levelt man das Ganze? Relativ simpel. Einfach Munition reinklippen in Raid und Magazine entladen und checken. Beim Elite-Level übrigens ist das Magazin instant gecheckt, wenn ihr das Ganze im Inventar macht. Heißt also, da habt ihr keine Animationen mehr für oder sonst irgendwas. Dann kommen wir zu den zwei neuesten Skills, nämlich einmal Crafting und Hideout Management. Zuerst fangen wir mit Crafting an. Hier ist es relativ simpel, decreased eure Item-Crafting-Time, bedeutet also einfach die Geschwindigkeit bzw. die Zeit, die ihr benötigt, um Items in eurem Hideout zu craften, wird verringert und es verringert ebenfalls auch noch die Produktionsrate bzw. erhöht die Geschwindigkeit, wie schnell ihr tatsächlich Wasser produzieren könnt oder Bitcoine herstellen könnt. Wie levelt man das Ganze? Relativ simpel. Immer einen Craft laufen lassen in eurem Hideout. Ihr bekommt Punkte dazu pro Stunde, wo ihr einen Craft laufen habt. Ihr bekommt Punkte dazu, wenn ihr einen Craft abgeschlossen habt. Und ihr solltet nicht immer genau das gleiche Rezept tatsächlich craften. Das heißt, wenn ihr gerade Ripstop tatsächlich craftet, solltet ihr danach vielleicht ein Magazinbox Craft als nächstes starten, dass ihr da wirklich die beste Punktzahl oder die schnellste Variante habt, um das Ganze dann hochzuleveln. Hideout Management ist dann der andere Skill. Der funktioniert dann so, dass ihr im Endeffekt für die gesamten Filter, die ihr aktiv habt, sich einen extra Boost bekommt. Das heißt also, für den FP100-Filter bekommt ihr pro Level noch 1% obendrauf vom Skill selber. Das heißt also, direkt bei Level 1 sind es dann nicht mehr beim FP100-Filter 40%, die ihr schnell levelt, sondern 40,4% und das geht dann komplett hoch. Des Weiteren verringert er die Rate, wie schnell ein Filter tatsächlich aufgebraucht wird. Beim Elite-Level hat er noch ein paar sehr interessante Skills, nämlich fügt er zwei Slots in den Generator hinzu für weitere Fuel-Kanister, zwei Slots beim Wasserfilter für weitere Filter, zwei Slots beim FP100-Filter, dass ihr da noch zwei weitere reinpacken könnt und ebenfalls zwei Slots bei der Bitcoin-Farm. Heißt also, ihr könnt tatsächlich bei der Bitcoin-Farm insgesamt fünf Bitcoins rausholen. Innerhalb von 25 Stunden habt ihr dann nach den aktuellen Preisen tatsächlich automatisch eine Million Rubel gemacht. Also, dieser Skill sollte man auf jeden Fall relativ fix nach oben bringen, wenn der neue Wipe dann auf jeden Fall startet. Wie levelt man das Ganze? Relativ simpel. Immer schön in Craft laufen lassen. Pro zehn Ressourcen, die von einem Filter tatsächlich genutzt werden, wird da dann auch ein Punkt hinzugefügt. Und pro Upgrade, den ihr tatsächlich im Hideout macht, bekommt ihr 20 Skill-Punkte nach oben dazu. Das heißt also, im nächsten Wipe, wenn ihr anfangt, wird der sich auf jeden Fall auch relativ schnell hochleveln, weil ihr das ganze Hideout ja natürlich noch ausbauen müsst. Freunde, wenn ihr es so weit ins Video geschafft habt, dann erstmal vielen Dank dafür. Für die Leute, die so nicht wissen, ich streame momentan fast täglich auf Twitch. Also, da auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Link ist auf jeden Fall direkt im Pint-Kommentar. Und ansonsten, Freunde, sehen wir uns direkt im nächsten Video. Ich wünsche euch Spaß und viel Erfolg bei euren Raids. Tschüss. 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 Tschüss.